servus leute ich bin es wieder der graf snekula und heute habe ich wieder etwas besonderes für euch und zwar probieren wir heute den sodastream cola sirup das ist das hier ich weiß nicht ob ihr das kennt sodastream wird euch wahrscheinlich ein begriff sein aber die haben auch so eben sirup und den von cola den finde ich ganz gut deswegen möchte ich euch den mal vorstellen ich habe hier das wasser schon vorbereitet gesprudelt und ich zeige euch kurz wie das hier geht also wir haben hier diese messkappe die machen einfach voll mit diesem sirup achtung den sirup nie pur trinken der ist echt eklig pur und dann schütten wir das hier einfach da rein ich nehme die flasche dann immer so ein bisschen an winkeln denn manchmal kann es übergehen ich kann das einhändig nicht deswegen muss ich die kamera kurz weg legen so sieht das dann hier aus wir machen da wieder zu deckel auf dann einmal kurz bisschen durchschütteln aufpassen beim aufmachen dass es nicht ausdringt aber meistens kein problem so und dann probieren wir das ich habe hier natürlich die recht ein coca cola glas also ich sage es euch gleich für fans der original coca cola die nichts anderes trinken können ist das wahrscheinlich nichts das schmeckt nicht wie die originale coca cola man sieht ja auch die der schaum ist ein bisschen weißer von der farbe her ist es auch nicht so rötlich wir probieren das mal ist auf alle fälle eine sehr gute cola es ist wie gesagt geschmackssache ich muss sagen ich habe es jetzt nur gute rezessionen bekommen also ich würde sagen vier von fünf leuten mögen diese cola und man muss überlegen dieser ich weiß nicht was eine so so eine tube kostet ich glaube zehn euro oder so und man bekommt das so viel cola raus also man spaß ich da eine menge geld und es schmeckt auch wirklich gut also wenn es sowieso ein super stream habt kauft euch mal so ein cola geschmack das ist kein rausgeworfenes geld und ja wie gesagt das war es dann von mir den krafts nekula wir sehen uns im nächsten video ciao leute